. . . . . . Vielen herzlichen Dank, einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank für diesen mehr als höflichen Applaus. Ja, das war ja schon mal ein guter Einstieg in den Abend. Und ich sage Ihnen, wenn der Abend schon so losgeht, wenn man da irgendwie im Hintergrund schon mitbekommen hat, dass mit Amanda heute etwas nicht stimmt, ja, lasst wir uns überraschen, was nicht mit ihr stimmt. Denn sie wird heute auspacken. Amanda packt aus, das Motto des heutigen Abends. Und ich muss Sie auch ein bisschen vorwarnen, Amanda hat heute auch schon eingepackt, fest verschlossen in diesem kleinen Koffer, ich darf im Original zitieren, das größte Geheimnis aller Zeiten. Ja, was es damit auf sich hat, ich weiß es nicht. Ich renne seit heute Nachmittag um 15 Uhr mit diesem Koffer durch die Gegend. Soll jetzt auch weiterhin drauf aufpassen, hab jetzt aber keine Lust. Wissen Sie was? Wir machen das ganz einfach so. Ich häng den Koffer da drüben hin, geb die Verantwortung ein kleines bisschen weiter, wenn Sie vielleicht hier vorne auf den Mitmachplätzen, ja? Ja. Sie merken, da lachen mehr die Hinteren, ja? Das ist... Nein, alles gut, Sie dürfen durchatmen, aber eine bitte. Es wäre schön, wenn Sie da so ein bisschen hingucken, dass keiner hingeht und keiner was macht. Dann ist Amanda glücklich, ja? Und ich bin glücklich, dass wir heute hier sein dürfen, dass Sie alle da sind. Und jetzt bin ich ja mal ganz neugierig zu Beginn. Wer sieht denn Amanda heute zum ersten Mal live auf einer Bühne? Einmal kurz per Handzeichen. Live? Oh, das ist ja eine Menge. Das ist ja fast Premiere. Okay, machen wir die nächste Frage gleich hinten nach. Wer hat seine Eintrittskarten für heute Abend zu Weihnachten, Ostern, Geburtstag, sonstigen Anlässen geschenkt bekommen? Oh, das sind auch einige. Das heißt, Sie sind gar nicht freiwillig da heute. Das verspricht ein lustiger Abend zu werden. Okay, jetzt sind wir ja heute hier im Dienberger Hoftheater. Jetzt bin ich immer neugierig und man bittet mich immer darum, für unsere eigene Tourstatistik. Wenn Sie noch einmal ganz kurz per Handzeichen, wer ist heute Abend direkt hier aus Dänberg? Haben Sie meine Frage richtig verschont? Gegenfrage, wer ist nicht aus Dänberg? Wow! Wo kommen Sie überall her? Jetzt bin ich neugierig, das haben Sie jetzt davon, jetzt komme ich nach hier vorne zu Ihnen, ja? Schauen Sie, Sie glitzern. Wenn man glitzert, kommt man immer dran. Ja, das ist. Guten Abend. Darf ich fragen, Sie kommen aus? Nürnberg. Aus Nürnberg. Aus Nürnberg. So, wer ist heute alles aus Nürnberg da? Einmal aus der ganzen Reisegruppe. Schauen Sie, Sie sind mit so einem Flixbus hergefahren wahrscheinlich, ja? Okay. So, und was ich schon wieder sehe, das ist das Schöne, wenn man mit Amanda unterwegs ist, egal wo wir spielen. Es sind so alle Altersklassen vertreten, ja? Sind Kinder da, Jugendliche, Erwachsene, Oma, Opa vielleicht dabei? Die ganze Familie ist unterwegs. Jetzt frage ich mal unsere jüngeren Zuschauer, sprich unsere Kinder. Ihr kennt Amanda? Ja. Ihr wisst auf was ihr euch eingelassen habt? Ja. Mensch, hier vorne, du bist ja vorbereitet. Wie heißt du denn? Fabian. Fabian. Fabian, eine Frage an dich. Fabian, würdest du sagen, du bist Amandas größter Fan? Sag einfach ja. Ja, alles klar. Wir haben heute Amandas größten Fan da, Fabian. Fabian, ich frage dich jetzt ganz bewusst, weil wir haben heute ein großes Problem und ich muss sie darauf vorbereiten. Amanda geht es heute nicht sonderlich gut. Ooooooh. Wir können das gerne nochmal probieren. Amanda geht es heute nicht sonderlich gut. Ooooooh. Das war mit viel Gefühl, jawoll. Warum das so ist, komme ich nochmal gleich drauf zurück. So, jetzt komme ich mal zu euch. Hallo, wo kommt ihr denn her? Schneidach. Aus? Schneidach. Schneidach. Was es alles gibt. Schneidach. Schneid's da immer den ganzen Tag. Heißt Schneidach. Aber ist egal. Herzlich willkommen aus Schneidach. Haben wir noch mehr aus Schneidach da? Auch hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ganz Schneidach wahrscheinlich. Ja, es ist. Herzlich willkommen aus Schneidach. So, guten Abend. Sie kommen aus? Simonshofen. Jetzt wird's exotisch. Ja, jetzt wird's. Simonshofen. Herzlich willkommen aus Simonshofen. Also, ich merke schon, wir werden heute eine Menge Spaß miteinander haben. Und ich merke auch schon, Sie sind so leicht irritiert, warum ich hier vorne rumlaufe. Ja? Sie denken, wir wollen doch Amanda sehen, der soll doch da oben was machen. Nein, ich mag das am Anfang immer ganz gern, wenn man die Leute so ein bisschen kennenlernt. Und es ist auch immer ganz spannend. Wir sind ja so das ganze Jahr über auf Tournee. Und egal, wo wir spielen, immer wenn ich hier auf die Bühne rauskomme, es ist immer ein Grinser dabei. Ja. Sie fragen sich jetzt, was ist ein Grinser? Ich werd's Ihnen erklären. Ich bin heute hier rausgekommen, guck so ins Publikum. Heute hier, dritte Reihe, der Herr mit dem Hemd und der Brille. Ja. Sie grinsen mich die ganze Zeit an, ja. Er grinst, er sitzt da, denkt sich, komm ruhig her, ist mir doch wurscht. Ja, das ist... Ja. So. Ich komm mal zu Ihnen, ja, schauen Sie mal. Guten Abend. Darf ich fragen, Ihr Name ist? Ruprecht. Ruprecht. Das ist der Nachname wahrscheinlich. Wie ist der Vorname? Udo. Ist ein schöner Name. Udo. Haben Sie sich selbst rausgesucht, oder? Nein. Udo. Sie kommen aus? Eildorf. Eildorf. Udo. Udo. Sie sind mir sympathisch. Wissen Sie was, Udo? Ich würde Sie heute Abend ganz spontan zu Amandas offizieller Auspackhilfe ernennen. Das hört sich jetzt ein bisschen schräg an, ist es aber gar nicht. Udo. Ich hätte eine kleine Aufgabe für Sie. Und zwar habe ich von Amanda etwas bekommen. So einen kleinen Schlüssel. Und Udo, Ihre Aufgabe wäre eigentlich nur, dass Sie auf den Schlüssel aufpassen. Dass Sie den einstecken, umhängen, ganz wie Sie möchten. Würden Sie das machen? Das wäre ganz toll. Sie dürfen den Abend natürlich trotzdem genießen. Lehnen Sie sich zurück. Haben Sie Spaß. Amanda wird sich irgendwann melden. Toi, toi, toi. Wie das? So. Ja. Jetzt komme ich noch mal, Fabian, kurz zurück zu dir. Nachdem es Amanda ja heute nicht so gut geht. Oh. Ich merke schon, wir verstehen uns. Hab ich etwas vorbereitet. Fabian, es wäre jetzt ganz toll, wenn du, wenn Amanda hier rauskommt, dieses Schild einfach hochhalten könntest. Da steht drauf, Amanda, ich bin dein größter Fan. Würdest du das machen? Dann grinst du ein bisschen dabei. Schau mal. Ich lade dir das einmal so hier durch. Und dann nimmst du es in die Hand und hältst es einfach hoch. Und da freut sich Amanda riesig. Ganz toll. Okay. Jetzt sehe ich gerade, hier haben wir noch ein Schild. Was steht hier noch drauf? Ach. Grüßt Amanda. Das ist wie früher bei Wetten, dass. Nürnberg grüßt Thomas Gottschalk. Ja. Was nehmen wir denn? Schneidach grüßt Amanda. Ja. Schau. Schneidach. Heute nehmen wir Schneidach. Schneidach. Was ist denn jetzt los? Sie trauen es mir nicht zu, dass ich es richtig schreibe oder was? Mit AI, ne? Ist das Doppel-T-A-I? Ich streich es auch wieder durch, wenn es falsch ist. Kein Problem. So. Ich blamiere mich jetzt hier gleich. Oder auch nicht. So. Schau mal. Passt es so? Ja. Schneidach. So. Ich gebe euch das. Und sobald Amanda kommt, ihr könnt es zusammen machen. Seid ihr Geschwister? Ja. Mögt ihr euch? Nein. Das ist... Ich hab nicht nachgefragt. Ja. Okay. In Schneidach ist die Welt noch in Ordnung. Das ist... Okay. Nein. Ihr dürft es zusammen hochhalten. Beruhig ausflippen. Das ist alles klar. Okay. So. Halt. Ein Schild sehe ich gerade. Was haben wir noch? Was steht hier noch drauf? Amanda. Ich will ein... Amanda. Ich will ein Kind von dir. Das ist natürlich... Udo. Wenn Sie vielleicht so lieben. Ja. Ich gebe Ihnen das einfach. Und dann halten Sie es einfach hoch. Und... Ja. Ich merke schon, das läuft heute Abend. Gut. Sie dürfen jetzt gleich alles geben. Fabian, du bist bereit. Jawoll. Schneidach auch. Udo. Toi, toi, toi. Dann ist es nun soweit. Heute Abend hier live für Sie auf dieser Bühne. Hier ist Amanda. »Hallo«. »Ich mache jetzt die Bühne.« »Ich mache jetzt die Bühne.« »Kam auf dich.« »Wohl nicht?« »Ja, komm einfach nicht.« »Was sind wir denn?« »Hallo«. »Hallo«. Nein! Dankeschön! Vielen Dank! Ach guck mal, was ist das? Was, Amanda? Ich bin dein größter Fan! Ja. Obwohl er so klein ist. Das ist ein kleiner großer Fan, ja. Ja, was ist das? Amanda, das sind ganz besondere Fans, die kommen aus Schneidach. Schneidach! Kenn ich nicht. Was ist das da hinten noch? Was, Amanda? Ich will... Yes. Wo haben sie den denn losgelassen? Das ist der Udo. Der Udo! Das sind deutliche Worte. Amanda, ich merke schon, mein Plan ist voll und ganz aufgegangen. So eine tolle, eine herzliche Begrüßung heute Abend hier nur für dich. Ich geh mal davon aus, dir geht's jetzt ein kleines bisschen besser. Es geht so. Bitte? Es geht so. Können wir jetzt trotzdem anfangen? Ja. Ist alles okay bei dir? Es geht so. Wurde trotzdem ganz gern beginnen. Ja? Ja. Gut. Extra heute noch ein bisschen einkaufen gewesen für dich. Hier ein neues T-Shirt gekauft. Ja. Ich bin jetzt beschriftet. Bitte? Ich bin beschriftet. Ja. Was steht da? Da steht Nilpferd drauf. Nilpferd! Warum steht es da? Ja, weil es halt da steht. Muss man das da hinschreiten? Steht auf dem Stuhl, Stuhl und auf der Lampe, Lampe. Find ich damit ab. Es steht da, ja. Ja, sie sind doch nicht doof, oder? Soll ich denn sonst sein, ein Hanster? Was steht bei dir? Bei mir steht Comedy. Comedy. Denkst du, du bist lustig? Comedy? Comedy oder Comedy-Net? Ach. Können wir jetzt bitte anfangen? Ja. Ist alles okay bei dir? Es geht so. Dann red halt bitte Tacheles und sag, was los ist. Ich hab Hunger. Daher weht der Wind. Madame hat Hunger. Ja. Hör mal zu, ich hab dir doch erklärt, es ist immer noch und nach wie vor so, dass ich immer noch so ein bisschen am Abnehmen bin. Ja? Ja, was hab ich damit zu tun? Genau genommen sehr viel, weil wenn wir gemeinsam auf Tour sind, dann teilen wir uns in der Regel 99% aller Fälle eine Garderobe. Und ich möchte mal sagen, das Essen bei uns in der Garderobe ist momentan eher etwas überschaubar, ja? Ja, so nennst du nix. Na nix ist es auch nicht, ja? Ja. Jetzt macht wir wieder auf Diät und heute Nacht sitzen wir wieder im Restaurant zur goldenen Schachtel. Was? Auch McDonalds genannt. Nein, 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 nein. Wir gehen heute nicht zu McDonalds, ja? Gehen wir zum Burger King? Auch nicht. Wir gehen weder dahin noch dorthin. Du glaubst du nicht allen Ernstes, dass ich jetzt seit Tagen, Wochen und Monaten kalorienarm koche? So nennst du das? Bitte? So nennst du das? Kalorienarm koche? Wissen Sie, was ich gestern zu essen bekommen hab? Kalorienarme Tomatensuppe aller Sebastian Reich. Was? Ja. Heißes Wasser. In einem roten Teller. Verarschen kann ich mich selber. Heute hab ich noch gar nichts gegessen. Ohhhh. Sie sind doch gekauft? Nein. Meine Güte. Es ist sehr anstrengend, wenn du hungrig bist, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, aber ich kann dich beruhigen. Du gehst später in meine Tasche, da sind von gestern Abend noch zwei belegte Brote drin. Ja? Ja, ich hätt gern eins von heut. Da musst du mich morgen noch einmal fragen. Ohhhh. Der lustige Herr Konediant hat einen Witz gemacht. Mach mir gleich ins Höschen vorlachen. Weißt du, eines kann ich nicht verstehen. Du warst doch immer diejenige, die auf der Bühne gestanden war und gesagt hat, ich fühl mich so dick, ich möchte ein bisschen abnehmen. Esst du mich nach? Nein, ich äff dich nicht nach. Aber es wäre deine Chance jetzt gewesen. Was? Ja, wir hätten das zusammen durchziehen können. Was? Das mit dem Abnehmen. Man denkt immer, das ist sowas Schwieriges und so schwer. So schwer ist es gar nicht. Ja? Ich spreche da aus Erfahrung der letzten Monate. Ja? Man muss eigentlich nur zwei Dinge beachten. Die sind? Punkt eins. Man muss ein bisschen die Ernährung umstellen. Ja? Was? Die Ernährung umstellen. Was? Die Ernährung umstellen. Umstellen? Ja. Vorspeise links, Hauptgang rechts. Stell ich's heute Morgen anders hin, wenn's hilft. Du kapierst das nicht. Die Ernährung umstellen heißt so viel wie Essgewohnheiten verändern. Ich verzichte zum Beispiel momentan ab und an noch nach 18 Uhr auf Kohlenhydrate. Ja? Was ist das? Kohlenhydrate ist zum Beispiel Brot. Ja? Ja und Gottes Willen! Klatschen sollt los nix für den. Warum sollen die Leute für mich nix klatschen? Ist nach 18 Uhr. Was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Na dann sag doch immer, der Applaus ist des Künstlers Brot. Kapiert. Guck, 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 guck! Hören Sie auf! Guck, 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 guck! Was denn? Zack und schon wird der Kilo drauf. Du kapierst das nicht. Okay, die Ernährung ist auch nur das eine. Das andere, was ja noch viel wichtiger ist und das wissen wir alle, das ist Sport, ja? Rittersport. Ich rede von richtigem Sport, ja? Ich mach jeden Abend Sport. Seit wann magst du abends Sport? Ich geh joggen. Joggen? Zum Kühlschrank. Zurück zum Sofa. Fertig. Okay. Weißt du was, Amanda? Es macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, heute Abend mit dir hier übers Essen und Abnehmen zu diskutieren. Warum? Weil ich mit ein bisschen Stolz hier im Gegensatz zu dir stehen kann und sagen kann, die letzten Monate sind echt gut gelaufen. Bis heute, bis zum heutigen Tag unterm Strich sind jetzt fast 17 Kilo weg. Was beim Friseur? Ich war auch beim Friseur, es sind trotzdem fast 17 Kilo weg, ja? Vorsicht! Was ist jetzt? Da ist ne Ritze. Ja und? Nicht, dass der reinrutscht. Du verarschen kann ich mich selber, ja? Ja. 17 Kilo sind 17 Kilo. Wie viel wiegst du jetzt? Bitte was? Ja. Frage richtig verstanden. Aktuelles Gewicht. Fragezeichen. Du glaubst nicht allen Ernstes, dass ich dir heute Abend vor all den Leuten hier mein aktuelles Gewicht verrate, ja? Ach! Ein Mädchen! Sagen wir wenigstens die ersten zwei Zahlen. Heute mach ich dich fertig. Siehst du die Wand da drüben? Sehe ich. Amanda, da hört der Spaß auf, ja? Na dann haben wir ja noch Platz. Ja, das ist... So. Schluss aus! Ich möchte jetzt, dass du das tust, warum wir heute überhaupt hierher gekommen sind. Ich habe es deinen Gästen, deinem Publikum schon verraten. Es dreht sich um diesen kleinen Koffer und ich möchte jetzt... Vergiss es! Du packst jetzt dieses Ding aus. Vergiss es! Amanda, wir haben gesagt, du packst aus. Vergiss es! Amanda... Ich habe Hunger. Ich kann an der Situation deines Hungers jetzt aber gerade nichts ändern. Ah, dann natürlich. Aha. Und wie? Hast du ein Handy? Was? Hast du ein Handy? Ein Handy? Mein Handy liegt da drüben. Warum? Bestell was. Was soll ich jetzt bestellen? Eine Pizza. Ich bestell dir doch jetzt hier keine Pizza. Dann geht es nicht weiter. Also entschuldige bitte mal, das ist ja mal abgesehen davon Erpressung und ich bin ja überhaupt nicht von hier. Ich wüsste ja nicht mal, wo ich anrufen muss, ja? Muss sie googeln. Bitte was? Muss sie googeln. Es heißt googeln. Es heißt googeln. Es heißt googeln. In Schneidach sagt man googeln. Bitte Schneidach in Ruhe. Hallo. Wahrscheinlich ist die aus Schneidach. Lachen ist gesund, Lachen macht schön. Ha, da hast du noch nicht viel gelacht. Also jetzt mal abgesehen davon, ich bestelle dir doch jetzt hier keine Pizza. Ich kann dir nach der Show vielleicht eine Pizza organisieren, ja? Wenn du schon mal sagen willst, was willst du für eine? Speziale. Pizza-Speziale, so dick belegt mit allem obendrauf? Ja. Aha. Sonst noch Wünsche? Schneiden. Schneiden? Ja. Portionsgerecht in acht Stücke. Nein, in fünf. Wieso in fünf? Ich will abnennen. Das haben jetzt nicht alle kapiert. Arbeitet sich langsam durch. Okay, pass auf. Wir machen einen Deal, wir zwei, ja? Du versprichst mir, dass du ordentlich mit mir diesen Abend durchziehst. Okay. Und im Gegenzug dazu verspreche ich dir, dass ich dir nach der Show eine Pizza organisieren werde. Okay. Ist das ein Deal? Deal. Deal? Deal. Gut. Gut. Dann packst du jetzt aus? Vergiss es. Ich denke, wir haben einen Deal. Ja, ja. Trotzdem Hunger. Ich kann mich jetzt nicht hier hinstellen und Däumchen drehen und warten, bis du keinen Hunger mehr hast. Kannst du ein bisschen goggeln? Was soll ich jetzt noch googeln? Was soll ich jetzt noch googeln? Kontaktanzeigen. Wieso Kontaktanzeigen? Du bist doch Single. Hör mal zu, das geht hier keinen etwas an, ja? Heute packe ich aus. Dann kann ich heute auch auspacken. Du bist nämlich auch Single. Ich war Single. Ich war Single. Udo. Soll ich gerne aufgeben? Was? Ne Anzeige. Du mir ne Anzeige? Ja. Kennst du dich damit aus? Ja. Schon öfter gemacht? Ja. Aha. Was schreibst du da so? Süßes, heißes Nilpferd. Ja, genau so. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Weißt du, süßes, heißes Nilpferd. Wir leben im Jahr 2017. Ja, da gibt man Kontaktanzeigen mit ein bisschen Gefühl auf, mit ein bisschen Charme, mit ein bisschen Niveau und vielleicht auch ein bisschen mit Intelligenz. Ja? Ja. Intelligenz. Intelligenz. So was wie Radiologe sucht Frau mit innerer Schönheit. Das ist Intelligenz. Das ist einfach nur dämlich. Oder was habe ich an Weihnachten gelesen? Weihnachtsmann sucht Weihnachtsengel mit großen Christa und Kugeln. Christa und Ständer vorhanden. Hallo, bitte. Nein. Sollen euch eure Eltern erklären? Nein. Das macht es nicht besser. Nicht? Nein. Du lieber Himmel, ich stelle mir gerade vor, wenn du so eine Anzeige aufgibst. Na und? Was heißt dann? Na und? Das Drama würde ja seinen Lauf nehmen. Warum? Du hättest irgendwann ein Date. Du musstest flirten. Das kann ich. Du und flirten? Ja. Soll ich es dir zeigen? Ich möchte es weder sehen noch hören. Ihr macht es trotzdem. Amanda? Udo. Ich habe heute Morgen eine Kirsche gebrühtstückt. Die ist hier in meinem Bauch. Lass mich dein Margerie sein. Funktioniert? Nein. Funktioniert? Ach. Selbst wenn das funktionieren würde, das Drama würde ja weitergehen. Warum? Du hättest irgendwann ein richtiges Date. Na und? Was heißt danach und? Du und ein Date. Weißt du, zu einem Date, da muss man ein bisschen Humor mitbringen, ja? Ja, ne, nicht alle Foto mit. Ein Foto? Von dir. Warum denn das? Na, das zu lachen. Du bist heute sehr charmant, muss ich sagen, ja? Ich meine da eigentlich mit Humor eher ein bisschen Witzigkeit, ja? Einen Witz erzählen? Nein. Ui. Jetzt wird er aggressiv. Hast du Hunger? Der ist doch unterzuckert. Isst mal ein Schnickers. Kleine Diva. Es reicht jetzt, ja? Du weißt ganz genau, warum ich beim Thema Witzes so reagiere. Warum? Das weißt du genau, weil deine Witze noch niemals lustig waren. Ui. Deine Witze nicht lustig sind. Uiuiui. Und deine Witze auch niemals lustig sein werden. Uiuiui. Aus diesem Grund empfehle ich dir weder bei einem Date und schon gleich gar nicht auf meiner Bühne in meiner Show einen Witz zu erzählen, ja? Ich hab neue. Das gilt auch für alle neuen Witze. Die sind lustig. Ich möchte ihn trotzdem nicht hören. Doch. Ich sage nein. Ich sage ja. Ich sage nein. Ich sage ja. Ich sage nein. Ich sage ja. Die lacht jetzt schon. Noch gar nichts erzählt, lacht die schon. Können Sie Englisch? Was? Was heißt auf Englisch, die Kuh ist weg? Bitte? Oxford. Nein. Lustig. Nein. Ach, bitte. Ist das lustig? Nein. Die hat gelacht. Das ist genau die Art von Ollen Karlauer, die ich... Ach, weißt du was? Was diskutiere ich überhaupt mit dir? Schluss, aus, fertig. Ich packe jetzt dieses Handy weg. Warum? Weil ich jetzt hier nichts mehr googeln werde. Nicht. Keine Kontaktanzeigen lesen möchte. Auch nicht. Nein. Ich möchte jetzt eigentlich nur noch eines. Ich möchte, dass du diesen Koffer hier... Vergiss es. Amanda. Ich hab Hunger. Sie wissen ja gar nicht, wie's da hinten zugeht. Entschuldige mal bitte, wie's da hinten Backstage bei uns hinter den Kulissen zugeht, hat hier vorne auch niemanden zu interessieren, ja? Sagst du. Das sag ich nicht nur, das meine ich auch so, ja? Ich sag nur, nix zu essen. Amanda. Ich sag nur, heute packe ich aus. Was ist das jetzt? Ein Pianist. Wo ist der? Hockt unter der Bühne. Ach komm, jetzt mach einfach. Ein Nilpferd, das hat Hunger, wenn es auf der Bühne steht. Sebastian ist der Einzige, der das nicht versteht. Das Catering ist gestrichen, das Licht im Kühlschrank aus. Ich muss jetzt jeden Abend mit leerem Magen raus. Ich fühl mich schwach, ich kann ja kaum noch stehen. Früher gab es Schleckeressen, noch das war mal, denn Sebastian will jetzt abnehmen. Und er denkt gar nicht an mich. Ich hab ja lange schon mein Idealgewicht. Früher war's kulinarisch, mit uns beiden richtig nett. Nach jeder Show fanden wir gemeinsam ein Ideal aus nett. Tranken fünfte Milchshakes mit Siruf und mit Sahne. Ich nahm immer Schoko und Sebastian-Banane. Seit 23 Tagen sind wir nun auf Tour. Jeden Abend auftritt, doch zu essen gab es nur Radieschen und Dinkel und Grünkohl und Rettich. Hauptsache nicht heiß und nicht fettig. Soja und Herse und Hori und Smoothie, immer nur Salat und Dinkelzahn. Sebastian hat den Schlankheitswahn wohl für sich entdeckt. Und ignoriert dabei total, dass Bio-Rohkost scheiße schnett. Ihm ist egal, was für'n Hunger ich doch hab. Ob nid oder auch ohne Diät. Der kriegst doch eh keine ab. Bitte was? Oh, nid oder auch ohne Diät. Du kriegst doch eh keine ab. Dankeschön! 1 zu 0 für mich. Glückwunsch. Packst du jetzt trotzdem bitte dieses Ding hier drüben aus? Diesen Koffer? Nein, ich gehe jetzt. Wieso gehst du jetzt? Ich habe Hunger. Amanda zum letzten Mal hier. Ist nichts zu essen. Fällt irgendwo in der Ritze. Bitte wo? In der Ritze. Hier irgendwo in der Bühnenritze? Ja. Was soll das sein? Zert ein Tick-Tack. Hä? Ja, oder ein halbes Tick-Tack. Bitte, du kannst jetzt hier alles absuchen, solange du mir versprichst, dass du wiederkommst. Kein Angst, Udo. Ich komme wieder. Bis gleich. Bis gleich, Amanda. Danke schön. Komm. Nach langsam. Ja, jetzt sei doch bitte einfach mal ruhig da hinten, ja? Ja, guck. Was denn? Da liegt was. Das wird ein Staubfussel sein. Kann er essen. Hat null Kalorien. Lass es jetzt einfach bitte, ja? So, das Schöne ist, während Amanda jetzt da hinten den ganzen Bühnenboden absucht, nutze ich die Chance und die Gelegenheit, um Ihnen eine kleine Geschichte zu erzählen. Himmel. Kommt jetzt eine Pizza oder was? Was ist jetzt los? Zalando! Zalando! Sag mal. Schrei vor Glück. Entschuldigen Sie bitte einen kleinen Augenblick. Sag mal, drehst du jetzt völlig an der Schraube? Hast du was bestellt? Amanda? Hör ich es ja mal. Entschuldigen Sie, wer sind Sie denn jetzt bitte? Hör ich es ja mal, was tappen Sie denn da hinter der Bühne rum? Entschuldigen Sie, was machen Sie hier? Das frage ich Sie. So wissen Sie was, Sie gehen jetzt hier mit raus. Was haben Sie hier hinten verloren? Sie kommen jetzt hier einfach mal mit raus, ja? Hör ich es ja mal. So, Sie kommen hier, Sie können doch nicht einfach hier in die Vorstellung. Entschuldigung bitte. Hör ich es ja mal. Was war das jetzt? Was? Das Geräusch. Das war Applaus. Von wem? Von den Zuschauern, vom Publikum, von meinen Gästen. Wo sind die? Entschuldigen Sie bitte, die sitzen doch hier direkt vor Ihnen. Ich sehe nichts. Warum sehen Sie nichts? Ich bin ein Auge, was? Ah, Sie können gar nichts sehen. Dafür höre ich gut. Das freut mich wiederum. Was haben Sie gesagt? Ich sagte, das freut mich wiederum. Na, schweiß ich nicht den Sohn. Bin doch nicht schwerhörig. Wer sind Sie? Das gleiche frage ich Sie. Wer sind Sie? Ich bin der Schorsch. Bin der Hausmeister. Der Hausmeister hier. Na, freilich. Na, kürt die Hütte. Also mal ganz langsam. Das wüsste ich aber. Ja, wenn Ihnen jetzt... Erzählen Sie mal hier keinen Mist. Ja, wer sind Sie? Wer ich bin. Ja. Mein Name ist Sebastian Reich. Kenn ich nicht. Sie kennen doch mit Sicherheit fast nach den Franken. No, freilich. Also. Dann kennen Sie auch Sebastian Reich. Kenn ich nicht. Amanda. No, freilich. Das kleine dicke Seepferd. Es ist kein Seepferd, es ist ein Nilpferd. Na, dann halt das kleine dicke Nilpferd. Ja, was machen Sie da? Ich bin Bauchredner. Sind Sie schwanger? Was alles gibt heute doch. Haben Sie das gerade gehört? Was? Das Geräusch? Ja, das war Gelächter und Applaus von den Zuschauern. Ja? Sie müssen aufpassen. Wegen was? Wegen der Dsch... Wegen was? Wegen der Dsch... Ich verstehe Sie nicht. Wegen was soll ich aufpassen? Wegen der Dsch... Ich weiß nicht, was Sie meinen. Und es ist mir jetzt auch relativ egal. Ich möchte jetzt, dass Sie gehen. Ich möchte hier gern weitermachen. Ja? Wie lang geht es? Bitte? Wie lang das geht? Das hat gerade erst begonnen. Das geht schon noch ein bisschen. Ja? Wie lang geht es? Da muss ich mich doch jetzt nicht festlegen. Es geht noch ein bisschen. Ja? Um neun ist hier Feierabend. Bitte was? Um neun ist hier Feierabend. Um neun ist hier mit Sicherheit nicht Feierabend. Ja? Wenn ich das sag. Das ist mir egal, ob Sie das sagen. Um neun ist hier nicht Feierabend. Wenn ich das sag. Sie müssen wissen, ich komme aus Schneidach. Da ist hier noch ein neun ist Feierabend. Die nicken. Ich denke, Sie sehen nix. Ein Wunder. Gut. Schneidach. Fakt ist, Fakt ist, um neun ist hier nicht Feierabend. Ja? Dann müssen Sie mich ja verhandeln. Verhandeln? Wollen Sie mich jetzt erpressen? Na, freudig? Muss ich Ihnen jetzt irgendwas anbieten? Na? Ich könnte Ihnen später vielleicht eine halbe Pizza Speziale anbieten. Ja? Vergiss es. Haben Sie das gehört? Das eine kam von da, das andere Geräusch kam von da und war wieder Gelächter. So, müssen Sie aufpassen. Wegen was denn? Wegen der Dätschipfu. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Na, die Dätschipfu. Wie lang geht es? Sie wiederholen sich. Es geht so lange, wie es geht und Punkt aus, fertig. Ja? Haben Sie das gehört? Was denn? Das Geräusch. Zum letzten Mal jetzt. Es sind hier ganz normale Geräusche. Hier wird gelacht, hier wird applaudiert, hier wird geklatscht, hier sind Geräusche, hier ist Lautstärke. Ja? Da! Was? Das auch ist es. Was denn? Das Watt. Lachen. Das andere. Lautstärke. Na, sorry, doch. Was denn? Dezibel. Dezibel. Sie meinen Dezibel. 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 Ich kann es immer erschöße, auch wenn ich was getrunken habe. Daher, Herr Wetterwind, Sie haben einen Durst. Na, freilich. Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt was zu trinken anbiete, dann gehen Sie. So machen wir's. Perfekt. Was darf ich Ihnen anbieten? Apfelsaftschale. Alter, willst du mich verarsch? Dann sagen Sie halt bitte, was Sie gern hätten. Seidler. Da, heute verstehst du das nicht. Wir waren in Nordrhein-Westfalen. Seidler, was hat er gesagt? Seidler. Hier versteht man das. Ach, Seidler. So. Für alle Nichtfranken ein Bier. Sie möchten ein Bier. Zwei. Sie möchten zwei Bier. Ja. Ich denke, Sie sind bei der Arbeit. Das ist mir doch wurscht. Ich hab schon drei. Mein Doktor sagt immer, vier Bier am Abend sind gesund. Vier. Wenn Sie schon drei haben, von mir aber noch zwei dazubekommen, ich hab drei Doktor. Sie gehen jetzt, ja? Schöner Abend noch. Servus, Rat. Entschuldigen Sie bitte, Sie gehen jetzt hierher und raus. Ja, noch Freilich. Gehen Sie jetzt hier mit raus, bitte. Noch Freilich. Danke, Mann. Komm, auf geht's. Tja, ich bin zurück. Komm einfach hier mit. Hallihallo. Hör doch bitte mal, danke. Hör doch mit diesem Gehopse auf. Was machst du denn? Das ist Zumba. Ja, Zumba. Auch gleich Zumba hier. Packst du es aus? Ja. Na wunderbar. Endlich den Koffer? Nein. Was denn dann? Über dich. Bitte? Über dich. Über mich? Ja. Über mich wird hier gar nichts ausgepackt. Also natürlich. Du kannst mal auspacken, was du hier bestellt hast. Wo? Na hier, Ding Dang Dong. Zalando. Ein Kleid. Bitte? Ein Kleid. Du hast dir ein Kleid bestellt? Ja. Aha. Für was brauchst du ein Kleid? Ich hab ein Date. Puder. Du hast dir ein Kleid bestellt? Ja. Und hat's gepasst? Was denn das für eine Frage? Man wird dir wohl mal fragen dürfen, ob das Kleid gepasst hat, ja? Es war zu eng. Gibt's denn da zum Lachen? Du kannst ja umtauschen, ja? Bin ich zu dick? Ähm. Du hast gezögert. Sag jetzt gar nichts mehr. Hast du sonst was bestellt? High Heels. High Heels. Pums, Stöckelisschuhe. Ja, für dich. Wieso für mich? Die trägst du doch so gern zu Hause. Das hätten sie auch nicht gedacht, ne? Das stimmt auch nicht. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben solche hohen Hacken, solche hohen Schuhe getragen. Und es war zur Fastnacht, ja? Seit wann ist denn die Fastnacht im Oktober? Ich sage jetzt gar nichts mehr, ja? Vielleicht ist es ja so. Gut. Und ich sage es jetzt auch wirklich zum letzten Mal. Ich möchte jetzt, dass du diesen kleinen Koffer hier... Wo wir übernachten heute? Bitte? Wo wir übernachten. Wo wir übernachten? Was ist das jetzt für eine dämliche Frage? Immer wenn wir auf Tournee sind, übernachten wir immer in einem Hotel. Logisch. Also. Blöde Frage. Entschuldigung. So, was ich jetzt eigentlich sagen wollte... Kriege ich ein Einzelzimmer? Was? Ein Einzelzimmer. Nein, du bekommst natürlich kein Einzelzimmer. Warum? Gegenfrage. Warum willst du ein Einzelzimmer? Hallo, ich bin ein Star. Oh. Ich bin ein Star. Was bist du denn für ein Star, bitte? Ein Schlagerstar. Ein Schlagerstar. Nur weil du irgendwo mal unter der Dusche ein Lied singst, bist du noch lange kein Schlagerstar, ja? Hallo, ich kann singen. Also wenn du ein Schlagerstar bist, ja? Dann stelle ich mir aber die äußerst spezifische Frage... Bitte was? Fang jetzt bitte nicht wieder damit an, ja? Ich stelle mir die äußerst spezifische Frage... Spezifisch? Ach, guck, wie die sich freuen! Spitzifisch? Bitte. Hallo. Nein, nein, nein. Eine spezifische Frage, ja? Spitzifisch? Nein. Eine spezifische Frage. Spitzifisch? Wenn der Fanta-Fisch mit dem Cola fisch, dann sticke Fisch! Spezifisch. Spezifisch, das ist ein ganz normales Wort. Sticke Fisch. Gott, ist das bescheuert. Weil du es nicht kapierst, guck in den Duden, da steht Schatz auf Weiß. Wo? Im Duden. Ich sehe keinen Duden. Du sollst dir... Ach, du kapierst doch eh nicht, pass auf. Wir kürzen ab. Ich stelle mir die Frage, ich stelle mir die Frage, wenn du ein Schlagerstar bist, wer ist dann zum Beispiel Helene Fischer? Hast du so gesagt? Ich sagte Helene. Du sagtest noch was. Ich sagte Helene und den Nachnamen. Sag ihn. Ich sagte Helene Fischer. Spitzifisch! Zum letzten Mal. Du bist kein Schlagerstar, du kriegst kein Einzelzimmer. Punkt. Aus. Ende. Ja? Dann bin ich halt ein Rockstar. Es wird dir immer besser. Du ein Rockstar. Ja, ich zeig's euch. Komm, hau rein. Was ist denn jetzt los? Amanda, bitte. Amanda. Wiebel, wiebel, Rock you. Wiebel, wiebel, Titscher. Nein. Mach es bitte. Mach es bitte aus. Mach es bitte aus. Krieg ich ein Einzelzimmer? Nein, du bekommst kein Einzelzimmer. Warum? Weil wir uns wie immer ein Doppelzimmer teilen werden. Uuuuh. Hätt kein Einzelzimmer. Es geht nicht. Warum? Sag mal, muss ich deutlich werden? Ja. Du bist nicht eigenständig. Wisch? Du bist nicht eigenständig. Häh? Muss ich noch deutlicher werden? Ja. Du bist eine Puppe. Bitte? Du bist eine Puppe. Alles klar. Natürlich. Ich bin eine Puppe. Alter, du bist so fertig mit der Welt. Eine Puppe. Moment, du teilst ja zu einem Doppelzimmer mit einer Puppe. Da fragst du dich noch, warum du Single bist. Alter Schwede. Weißt du, wenn du ein Argument hättest. Ein was? Ein Argument. Ein Beispiel für ein Einzelzimmer, warum du gerne ein hättest. Ja? Ja. Eines. Dann müsstest du mir das einfach sagen. Hab ich. Ja? Also du musst sagen, ich hätte gerne ein Einzelzimmer, weil... Okay, mach ich. Also bitte, ich bin ganz ohr. Okay. Ich hätte gerne ein Einzelzimmer, weil... Schluss. Das ist kein Argument für ein Einzelzimmer, ja? Ach ja, ich hätt noch eins. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Nächstes Argument. Bitte her damit. Ich hätt ja nicht meine Ruhe. Was soll denn das jetzt heißen? Sie wissen ja gar nicht, was ich mit dir mitmach. Was? Jede Nacht das gleiche Spiel. Wenn die Groupies kriegen die Hotelzimmer zu hören an. Und er sie nicht rauslässt. Hallo? Erzähl hier doch nicht solche Sachen. Glauben Sie ihr kein Wort. Was guckst du mich denn jetzt so an? Krieg ich einen Einzelzimmer. Nein, bekommst du nicht. Suchst du Stress? Bitte? Suchst du Stress? Nein. Krieg ich einen Einzelzimmer? Nein. Alter Checker? Was? Check, check, check. Was gibt das jetzt, wenn es fertig ist? Ich bin cool. Bitte? Ich bin cool. Ich bin auch cool. Ah, ich schmeiß mich weg. Du, uncool. Man sieht es mir vielleicht auf den ersten Blick nicht an, aber ich kann durchaus auch sehr cool sein. Ja? Ja, danach doch. Hey, ho. Ho, ho, ho. Neben mir, da steht der Nikolaus. Sag mal, was soll das jetzt? Suchst du Stress? Nein. Krieg ich einen Einzelzimmer? Nein. Du hast es nicht kapiert. Was habe ich nicht kapiert? Wie das hier läuft. Wie was hier läuft? Wie jedes Sagen hat. Bitte? Ich Chefin, du nix. Oh. Meine liebe Amanda, weißt du, wenn du das so siehst, wir können das mal auf ganz coole Art und Weise ausdiskutieren. Was kommt jetzt? Ich kann auch sehr cool sein. Ui, mir schlottern die Knie. Na, dann hör mir jetzt mal ganz genau zu. Na, dann leg los. Bitte schön. Amanda, hör mal zu. Wir müssen etwas ausdiskutieren. Du musst verstehen, dass hier nicht alle nur für dich applaudieren. Das hier ist meine Show. Mein Name spielt groß auf dem Plakat. Bin der Boss. Ich bin der Typ, der hier die Hosen anhat. Ich sag jetzt mal nichts über deinen Hosen geschmackt. Ohne mich hättest du schon längst Kleide gemacht. Das Theater ohne Menschen ist der Pallernstaat. Die kommen wegen mir. Was hast du dir gedacht? Ohne mich wärst du niemand und auch stumm. Tu nicht so. Ohne mich wärst du mega dumm. Tut mir leid, das sehe ich nicht so. Der Star ist hier das Hippo. Das schmeckt dir wohl nicht sonderlich. Bon appetito. Glaube mir, ich werd mehr verehrt. Schöne Worte, aber die sind auch nicht viel wert. Sag doch einfach, was dich stört. Sag ich's mir ins Gesicht. Was mich an dir stört, es ist dein Gewicht. Yo! Ich bin der Typ, der Typ, der Typ, der Typ, der Typ. Vielen Dank.